ach schon zu Ende die Mission na flott die Stadtkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich dort müssen sie die Abbruch kurz hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören mit den Amis zur Sicherheitszentrale, Soap, Griggs und ich geh zur Startkontrolle verstanden, Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? wir versuchen noch immer die Abbruch kurz zu bekommen, over zum Teufel damit, wir geben unser bestes Ende alles klar, dann weiter ja, ok, so meine lieben Freunde so meine lieben Freunde, dann verstanden, Delta 6, wir sind direkt über euch in der Lüftung passt auf, wo ihr hinschießt verstanden, Sir ah, das fängt ja auch noch an ich rede klar so meine lieben Freunde damit ein herzliches Willkommen zurück zu Modern Warfare Remastered so, und wir machen jetzt unsere lieben Kriegsspiele und sehen wir, dass wir diese Abbruch kurz bekommen so ich würde sagen, tun wir wir können so 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 außer und Tücher das ist jetzt bei uns, was ist das jetzt von denen, das ist doch von heiß naja, ach, irgendwas soll das schon sein Alter, ist nie passiert ich habe die eine Ausbildung genossen, ne? sie haben noch elf Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen over verstanden jetzt mich nicht okay es geht auf Zeit, jetzt stimmt äh hallo hier irgendwas ja 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 nein ohne Worte alter da 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 wollen wir mal, ne? so, ich komme nach, wo ist so, wo sind wir jetzt? wo sind wir jetzt? hm hier sind die Überall hier rum, ne? wir sind irgendwas noch wir haben noch zehn minuten das ist nicht gerade so viel mehr hier ist nichts liegen dann einfach nur liegen dann ja ja das rahmen des möglichen so ist hier irgendwas gut weiter ja genau einfach liegen bleiben aber nix muss stück 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 dass wir noch Flusslos Guck, zuck, zuck, zuck Was gibt's schon? Nein, nein, wirklich, wirklich Was gibt's denn? Nichts immer noch nicht, oder? Ich spiele nichts, nein, nein Aber Nein, du hast doch keine Granate werfen, du bist doch so scheiße, Junge So so die jahre als das ding wo ist die so ja was haben wir jetzt noch acht minuten mir geht mit mir ach von jedem auch kommen können glaube ich über ach komm schon kannst du alter sterben jetzt hier ja das reicht noch so kaffee trinken auch noch ich will nur wissen was hier so ist wenn wir sehen haben was toll ist oder so ich bin da so neugierig ich möchte das immer alles ganz gerne wissen wahrscheinlich wäre man einfach nur von hier gekommen hier ist die waffen nur jetzt hier ach wie seid ihr keine ahnung wer es gerade sind ist das hier was für die waffe nach der kippe die brauche jetzt nicht ach so von da dann wo ach ok das sieht schon mal gut aus sieht schon richtig richtig aus ne auf jeden fall wurde hier gekämpft also scheint auf jeden fall schon irgendwas gewesen zu sein hier ne aber dann erfolglos gekämpft so wir haben das ding auch noch hier und das muss doch auch warte junge bringt wahrscheinlich nichts aber ach ja hetzt mich nicht nur kann ich nicht arbeiten ach jetzt mich bloß nicht ganz blöde richtung ganz blöde richtung so alter ich kann wahrscheinlich nur so so krass drumherum laufen ne hier bitteschön das ist für euch nur das da so jawoll das tut ja so das ist auch gestorben ne ja 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 ich beeile mich doch junge ich beeile mich doch jetzt mich bloß nicht die ist fast leer ich weiß gib mir mal die her komm da will ich dir wahrscheinlich auch genug position rum ich muss doch langsam mal da sein oder ja ich 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 warte was ich ja warte mal was ich mache ja ich spute hm hm doch stört ja 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 4,5 minuten noch komm schon hm 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 ja hm ja wo muss ich überhaupt hin 4 minuten ja ich weiß es doch ich weiß es doch stirb du ich muss jetzt die und nirgendwo durch das war schon was ist ich bin doch schon ist drei minuten noch jungen das reichte noch hier ja ich bin drinnen ja sauber das kommt die tür auf team 2 wir sind die position öffnet die außendürer zur startkontrolle ja ich bin auch bereit ich super bereit alles wachladen hier dann sieht man zu ich bin bereit weiß bist du bereit wer bist du ja aber ich bin auch bereit gekommen an was für ein mist es geht das nicht ein bisschen stelle also junger fliegen paar atomraketen ja durch die gegenden entdeftigen was ich nerven jetzt alles was kann doch so möchten ja und das da bitteschön bitteschön doch stört nun einfach nur sterben ok einfach nur sterben sonst nichts eine seite 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 ich sehe nichts wirklich hier wird hier du bist das du bist der dass hier ich muss sie runter gut dann schnell oh 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 eine minute nur noch zeit team 3 in position an der südaustseite des startkontrollraums in bereitschaft seid ihr an der anderen wand over bestell dich bereichende eindringen vor so sprengsätze platzieren los ja 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 bin schon dabei bin schon dabei ähm jawohl los 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 wir gehen rein äh äh ich renne einfach mal durch hier nein lass mich das ist nämlich das weiß ich das weiß ich nämlich doch dass hier einer ist so und jetzt müssen wir irgendwie ähm entschuldigung mein fehler mein fehler keine absicht wo ist die stadt müssen das weiß ich es doch hier ist es doch hier ist es doch ganz tief durchatmen ganz ruhig ganz ruhig jetzt ach so wir können sie brauchen um hier rauszukommen ich übertrage die koordinaten des fahrzeugdepots verschwinden sie jetzt ja ich verschwinde ja gleich ich finde ähm ähm so so zeitdruck jetzt weg dass man hier noch feines hier bin ja ach so ich muss rein gut da los kommt alles nachladen das ist auch für name wir kommen da schon also ich hätte ja nichts dagegen sakai wenn sie hier nehmen zu können hinten anstellen nummer ziehen wenn er sich vorher findet ein stimmel ziehen so jetzt seid ihr danke lang von hier kommen ach da kommt ihr auch alle raus ich will grüß dich zu uns war auch kacke ich auch einfach mal sterben ja wo sind ach so ok